so hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video danke fürs einschalten und heute geht es um battlefield 1 und zwar um die 0815 mg das ist eine schwere waffe die auch im ersten wildkrieg eben benutzt worden ist ich selber glaube kaum dass man die so tragen kann wie hier im battlefield weil die viel zu schwer ist und bei der waffe ist es halt so die ist sehr stark weil wir eben sehr sehr viel munition dabei haben die magazinsgröße ist dementsprechend auch groß und wir können eigentlich richtig durchholzen mit der waffe und ja heute zeige ich euch ein paar kills kann man sagen die ich persönlich ziemlich geil fande und ihr wisst ja selber auch ich bin sehr gerne eben in battlefield 1 versorger und auch mit dem versorger selber mache ich ein paar echt coole kills wenn ihr lust habt guckt euch das video an ich denke da wird auf jeden fall was gutes für euch dabei sein in der runde spielen wir eroberung ein Das war's für heute. Das war's für heute. Das Ziel hat uns gut gemacht, Männer. Da drüben ist ein feindlicher Sturmsoldat. Das Ziel ist gelohnt. 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 Dieses Ziel ist gelohnt. Das Ziel ist gelohnt. Die K Personality sind gelohnt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist deinem Arscher? Weiter, weiter! '? Der tubes sind neural Bison aufでは! Monizio, hier! Danke. Hat jemand Monizio bestellt? Feindlicher Panzer in Sicht! Feindlicher Panzer in Sicht! Aufpacken! Weiß ich hab Stähle in Sicht! Das ist erst der Radarzeit! Das ist eine Schwung! Das ist eine gute Schmerzen! Was ist er? Das ist ein Paffekt! Das ist eine gute Schmerzen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? 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 Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked und mich vielleicht abonniert. Danke fürs Einschalten und bis demnächst.